Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst, um mit eurem iPad oder iPhone professionelle Musikaufnahmen machen zu können. Wie immer, wenn wir mit Technik, also Interfaces und Software hantieren, gibt es ein paar Hürden, Stolperfallen und so ein paar Dinge, die wir einfach wissen müssen, damit die ganze Technik auch richtig funktioniert und wir dich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, einfach nur Probleme zu lösen, sondern direkt mit dem Aufnehmen starten zu können. Deshalb führe ich euch in diesem Video Schritt für Schritt durch die einzelnen Stationen, damit ihr am Ende des Videos fit seid und selbst mit dem Aufnehmen starten könnt. Starten wir mal mit einem groben Überblick über das, was wir überhaupt brauchen für die Aufnahme ins iPad und gehen dann Schritt für Schritt die einzelnen technischen Aspekte noch mal durch. Wir brauchen auf jeden Fall ein Aufnahmegerät, das kann sein ein kleines iPad oder ein iPhone oder ein iPad Air oder Pro. Die Unterschiede der einzelnen iPad werde ich im Laufe des Videos noch mal genauer beleuchten. Dann benötigen wir ein Interface. Ich verwende in diesem Video jetzt Interfaces von Focusrite, denn Focusrite sponsert das Video auch, worüber ich mich sehr freue. Die Focusrite Interfaces sind soweit ich weiß alle kompatibel. Ich habe jetzt hier einmal das Interface von Focusrite, das Solo, das kleinste Interface, das kostet ein bisschen mehr als 100 Euro. Ihr seht hier noch mal das 2i2. Ich habe zu Hause auch mal mein großes Focusrite Interface angeschlossen, das 18i20 mit insgesamt 18 bzw. 20 Eingängen. Das wird von den iPads und dem iPhone auch erkannt. Also wenn ihr ein größeres Focusrite Interface habt, ist das auch auf jeden Fall kompatibel. Ich habe hier noch zwei Adapter, die wir auf jeden Fall brauchen, um vernünftig mit denen aufnehmen zu können. Ich habe ein paar Netzteile und Kabel, die wir uns jetzt gleich alle im Detail angucken. Ich habe noch ein Mikrofon aufgebaut, denn wir werden uns in diesem Video sowohl damit beschäftigen, wie wir über Mikrofon in das iPad aufnehmen können oder mit Gitarre direkt ins Interface gehen und die Gitarre über Reamping direkt im iPad aufnehmen könnt. Ich werde in diesem Video jetzt nicht im Detail noch mal darauf eingehen, wie ein Interface funktioniert, wie ein Mikrofon funktioniert. Das habe ich schon mal alles in ein Video gepackt. Musik aufnehmen, das komplette How-To, das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich zeige euch jetzt noch mal so die einzelnen Mini-Steps, also einfach kurz Kabel stecken, hier aufdrehen und fertig. Wenn ihr euch dann noch mal für die Details interessiert, checkt gerne die Videos in der Videobeschreibung. Da geht es einmal um das komplette Musik-Setup aufbauen, Schritt für Schritt Reamping der E-Gitarre und generell einfach so ein paar Themen zum Thema Musik aufnehmen, wie kann ich eine Gitarre mikrofonieren und so weiter und so fort. Das Signal, das von unserem Mikrofon oder von der Gitarre kommt, landet jetzt zuallererst einmal in unserem Interface und von dem Interface wollen wir es dann natürlich irgendwie in das iPhone oder in eines der iPads bekommen. Und hier hantieren wir jetzt insgesamt mit drei verschiedenen Anschlüssen und in dem ersten Kapitel wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir das aufeinander adaptieren können bzw. wie wir dafür sorgen können, dass wir ohne Probleme das Signal in das iPad bekommen. Die drei Steckertypen, die eigentlich jeder kennt und mit denen wir eigentlich auch tagtäglich zu tun haben, sind USB-A, USB-C und Lightning. Der USB-A Stecker ist im Prinzip einfach das alte USB, also dieser große rechteckige Stecker, der schon seit Jahrzehnten in der Technik verbaut wird und der etwas unbekanntere Name dafür ist USB-A, aber es ist eben einfach der erste USB-Stecker, der gebaut wurde. Die aktuellere Steckervariante, die jetzt auch nach und nach den USB-A ersetzt, ist der sogenannte USB-C Anschluss, den die meisten von euch wahrscheinlich über ihr Handy oder eben ihr Tablet kennt und die eben jetzt auch in Peripheriegeräten immer mehr verbaut wird. Und der Lightning Stecker ist der, den jetzt die meisten von euch als ihr iPad oder iPhone Ladekabel kennen. Das ist dieser erste Stecker, der quasi beidseitig in ein Gerät gesteckt werden konnte, der von Apple irgendwann in den 2010er oder frühen Nullerjahren entwickelt wurde und der eben bis heute in einigen iPhones und iPads noch verbaut wird. Der Stecker, der aus den Interfaces rausgeht, ist bei moderneren, bei neueren Interfaces in der Regel ein USB-C Stecker. Beim iPhone und bei den kleineren iPads ist es ein Lightning Stecker und bei dem iPad Air, also den neueren iPad Airs und den neueren iPad Pros ist es auch ein USB-C Stecker. Das heißt, wir haben hier teilweise Adaptiermöglichkeiten oder müssen auf jeden Fall von einem auf das andere Gerät adaptieren und wie wir da jetzt vorgehen, das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch die einzelnen Geräte durch. Was wir also brauchen ist einmal natürlich das iPad, unseren Adapter. Der Adapter hat jetzt einen USB-A Anschluss. Das Interface hat nach wie vor einen USB-C Anschluss. Das heißt, wir brauchen ein USB-C auf USB-A Adapterkabel. Das liegt bei vielen Interfaces auch noch dabei. Und ich habe hier noch das Lightning auf USB-A Kabel mit einem Stromadapter. Das heißt, das verwenden wir jetzt noch als Stromversorgung für das iPad. Wenn wir das jetzt mal Schritt für Schritt anschließen, kommt erstmal der Adapter in das iPad. Dann haben wir hier das Verbindungskabel vom Interface auch ins iPad. Das können wir jetzt erstmal einfach anschließen. Na, Klassiker. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, das Interface geht jetzt schon an. Das heißt, die Stromversorgung ist schon gewährleistet. Allerdings ist da das Problem, dass euer iPad das nicht ewig lange durchhält. Also wenn man mal quick und dirty was aufnehmen will, ihr seid irgendwie, sitzt gerade auf der Couch, wollt einfach nur kurz eine Idee aufnehmen, fünf Minuten, dann reicht das. Aber wenn ihr wirklich über einen längeren Zeitraum, also eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich mal in Ruhe was machen wollt, ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen was ausprobieren und einfach mal euch nicht darum sorgen müsst, dass vielleicht plötzlich euer iPad ausgeht, mitten in einem Take. Dann ist es sinnvoll, dass ihr eben euer iPad noch an eine extra Stromversorgung anschließt. Das heißt, ich habe jetzt hier das Lightning-Kabel. Das kommt auch hier in den Adapter rein. Und, na, Strom. Und wie ihr sehen könnt, lädt das iPad jetzt und versorgt dadurch das Interface ohne Probleme mit Strom. Es gibt noch eine wichtige Sache, die ihr über Stromversorgung wissen müsst. Und zwar ist ein Netzteil nicht gleich Netzteil. Netzteile haben unterschiedliche Volt und unterschiedliche Ampere-Werte, aus denen sich die Gesamtleistung ergibt, die ein Netzteil bringen kann. Und wenn ihr einfach nur euer Interface ladet, dann könnt ihr im Prinzip jedes Netzteil nehmen, das ihr habt. Je nachdem, wie stark das ist, dauert das eben einfach länger oder kürzer. Bei solchen Sachen wie, wenn das Interface mit Strom versorgt werden soll und auch noch ein nächstes Peripherie-Gerät, würde ich euch immer dazu raten, dass ihr das Netzteil nehmt, das auch bei eurem Gerät dabei lag. Denn die unterschiedlichen Geräte haben unterschiedliche Angaben, mit wie viel Watt sie arbeiten. Watt ist die Einheit für elektrische Leistung. Und man kann sich Watt einfach ganz leicht selbst ausrechnen. Und zwar, wir haben drei Werte. Wir haben Spannung, das sind Volt. Wir haben Stromstärke, das sind Ampere. Und wir haben die Leistung, das ist Watt. Diese Netzteile haben sehr oft fünf, manche auch neun Watt. Und ihr seht hier hinten relativ klein aufgedruckt. Das kann man in der Kamera vielleicht nicht sehen. Da gibt es einmal die Output Ampere, also die Stromstärke, und das Volt, also die Spannung, die eben dir das Gerät ausgibt oder die eben an dem Gerät dann anliegen. Und Watt ist einfach Ampere mal Volt. Also wenn ich zum Beispiel, so wie dieses Netzteil, fünf Volt habe und ich habe zwei Ampere Ausgangsleistung, dann habe ich insgesamt fünf mal zwei, zehn Watt. Das iPad, das normale Apple iPad ist jetzt allerdings mit einem Netzteil mit zwölf Watt ausgeliefert. Das heißt, dieses Netzteil, auch wenn da Adaptive Fast Charging draufsteht, ist eigentlich ein bisschen zu schwach für dieses iPad. Ich habe es nicht im Detail ausprobiert, ob das jetzt trotzdem leer läuft, wenn ich noch das Interface angeschlossen habe. Aber ihr müsst da einfach ein bisschen nachgucken, weil das iPad Air wird mit einem 18 Watt Netzteil ausgeliefert. Das wäre halt ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was für das iPad Air empfohlen ist. Und um das einfach zu umgehen, achtet einfach drauf, dass ihr, wenn ihr euer iPad und euer Gerät noch einfach mit Strom versorgt, dass ihr auch wirklich das richtige Netzteil verwendet, das bei dem Gerät dabei lag. Sehen wir uns als nächstes mal an, ob das mit dem iPhone auch so unproblematisch funktioniert. Das iPhone hat auch einen Lightning-Anschluss. Das heißt, wir können den gleichen Adapter nehmen, wie schon für das kleine iPad. Ich schließe den jetzt einfach mal an und wir sehen mal, was passiert. Wie ihr sehen könnt, blinkt das Interface ein bisschen und der eine Button ist auch auf jeden Fall, also leuchtet, das heißt, eine LED leuchtet. Das heißt, das Interface, da kommt schon irgendwas an, was ihr jetzt vielleicht auf den Mikrofonen nicht hören könnt. Das Interface fiept ein bisschen, was nie ein gutes Zeichen ist. Und wenn man später was aufnehmen will, ist die Stromversorgung, die nur von dem iPhone kommt, tatsächlich nicht ausreichend. So, es kann sein, dass immer mal was funktioniert. Aber als ich es versucht habe, nur mit dem iPhone zu versorgen, ist die Aufnahme immer wieder abgebrochen. Manchmal kam auch gar nichts an. Und das heißt, wenn ihr wirklich nur ein iPhone als Aufnahmegerät habt, würde ich euch empfehlen, irgendeine Form von Stromversorgung noch mit anzuschließen, einfach um zu gewährleisten, dass das nicht in kürzester Zeit euren Akku leer macht oder sogar schädigt und damit ihr überhaupt eine funktionierende Stromversorgung hinbekommt. Das heißt, auch dieses kleine Netzteil, das eigentlich ein bisschen zu schwach ist, weil es hat nur 10 Watt, eigentlich ein 12 Watt auch angesagt, aber besser als nichts, weil das ist nah genug dran an 12 Watt. Wieder anschließen. So, das Pfeifen ist weg, das Interface ist jetzt auf jeden Fall mit Strom versorgt und auch hier könnt ihr sehen, dass das iPhone jetzt geladen wird. Wir haben jetzt also kein Problem mehr mit dem Strom und wir können jetzt tatsächlich ohne Probleme direkt ins iPhone auch aufnehmen. Weiter geht es mit dem iPad Air. Das iPad Air repräsentiert jetzt im Prinzip die etwas höherpreisigen und die etwas leistungsstärkeren iPads, die mit einem USB-C-Anschluss kommen. Das gilt sowohl für die iPad Airs der Generation von 2020 als auch für die neueren iPad Pros. Ich glaube, das iPad Pro der ersten Generation hatte noch einen Lightning-Anschluss. Alle iPad Pros danach hatten einen USB-C-Anschluss. Und da das Interface und das iPad ja jetzt beide USB-C haben, können wir auch ein normales, in Anführungszeichen normales USB-C auf USB-C Kabel nehmen. Das können wir einfach mal testweise anschließen. Und ihr werdet sehen, das funktioniert auch grundsätzlich ganz gut. Das iPad hat genug Power, um das Focusrite Interface, zumindest das kleine Focusrite Interface mit Strom zu versorgen. Aber auch hier gilt natürlich wieder, wir sind jetzt nur auf den Akku von dem iPad angewiesen. Das ist nicht so richtig cool. Das heißt, auch hier habe ich mir wieder einen Adapter besorgt, der auch mit den größeren Interfaces auch ein bisschen teurer wird. Der kleine Adapter für das kleine iPad hat, glaube ich, 16 Euro, 17 Euro gekostet. Der hat 40 Euro gekostet. Und hier habe ich jetzt auch eine USB-C Stromversorgung drin. Ich habe noch einen Headphone-Anschluss. Ich habe hier noch ein SD-Karten, also Lesegerät. Und ich habe den USB-A-Anschluss wieder. Das heißt, ich werde jetzt diesen Adapter wieder anschließen, brauche jetzt natürlich ein anderes Kabel, weil wir kein USB-C, also die eine USB-C-Schnittstelle, die der Adapter hat, ist für Strom, also als Stromversorgung. Und der Datenaustausch findet über die USB-A-Schnittstelle statt. Und hier habe ich jetzt auf meinen eigenen Ratschlag gehört und habe das Ladegerät bzw. den Adapter genommen, der auch zum iPad R gehört. Der hat 20 Watt und ist auf jeden Fall stark genug, um sowohl das iPad als auch das Focusrite Interface mit Strom zu versorgen. Nachdem wir uns ausführlich mit der Hardware und der Stromversorgung beschäftigt haben, gehen wir mal einen Schritt weiter zur Software. Ich werde jetzt alles hier auf meinem iPad R machen. Alles, was ich euch hier im iPad R zeige, ist aber identisch auf dem iPhone oder auf dem kleineren iPad oder auf dem iPad Pro. Ich nehme einfach nur das iPad R, weil es den größten Bildschirm hat und gut zu bedienen ist. Als Aufnahmesoftware nehmen wir jetzt GarageBand, weil GarageBand kommt für Apple-User immer kostenlos, lässt sich auch in Logic öffnen. Das heißt, wenn ihr was in GarageBand aufgenommen habt und es später zu eurem Rechner wollt, um es in Logic zu öffnen, müsst ihr einfach nur das Projekt nehmen. Wenn es in eurer Cloud gespeichert ist, Doppelklick und dann könnt ihr das direkt in Logic öffnen und weiter daran arbeiten. Und es gibt auch bei GarageBand, wie immer bei Software, so ein paar Dinge, die irgendwie nicht so ganz offensichtlich sind. Da werden wir uns jetzt Schritt für Schritt mal dran langhangeln. Ich habe hier zum Aufnehmen noch das Scarlet Studio Mikrofon. Das ist ein Kondensatormikrofon, das ich hier einfach per XLR mit dem ersten Kanal von meinem Focusrite Solo Interface verbunden habe. Da das Scarlet Studio ein Kondensatormikro ist, habe ich bei dem Interface 48 Volt aktiviert und werde hier gleich noch ein bisschen mit dem Preamp arbeiten. Wenn das alles noch Neuland für euch ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung gibt es mein Video zum Musikaufnehmen, wo ich all diese Sachen, diese Begriffe und die Vorgehensweise nochmal im Detail erkläre. Und ich habe hier noch die Kopfhörer, die auch in dem Bundle von dem Focusrite Recording Bundle drin sind, die ich auch einfach per Klinker angeschlossen habe, damit ich gleich auch ein bisschen hören kann, was da überhaupt passiert. Also, wir starten GarageBand und hier seht ihr jetzt, Speicherort auf meinem iPad ist ausgewählt, das nehme ich, dann nehme ich einfach Song erstellen. Und hier ist jetzt schon wichtig, ihr könnt, hier seht ihr jetzt erstmal, steckt uns verschiedene Spuren vor, also Audio Recorder, Streicher, Amp, was auch immer. Und hier oben seht ihr jetzt Spuren oder Live Loops. Das ist am Anfang wichtig zu entscheiden, denn das ist erstmal grundlegend, was ihr überhaupt für ein Projekt öffnet. Wenn ihr jetzt Live Loops habt und ich ein Spurenprojekt aufmache, sind das ganz unterschiedliche Projekte und ihr fragt euch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich nehme erstmal Spuren. Live Loops ist noch eine andere coole Funktion, aber wir machen erstmal eine Audio Recorder Spur in einem Spurenprojekt. Einfach drauf tippen. Und ihr seht jetzt hier, fragt ihr uns erstmal, was wollen wir überhaupt genau machen? Wir haben jetzt hier wieder Studio und Spaß, was wir auswählen können. Spaß ist einfach, wenn man einfach hier noch so ein bisschen mit kleinen Audioeffekten rumbasteln will, dann ist es so, wie gesagt, einfach nur ein bisschen rumzuspielen. Wir nehmen aber die Studio-Variante. Grundsätzlich erkennt euer iPad euer Interface automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, macht nochmal die Phantomspannung aus, zieht nochmal das Kabel, steckt es nochmal rein, während GarageBand schon offen ist. Es kann sein, dass wenn ihr es vorher gemacht habt, GarageBand noch nicht so ganz gecheckt hat, dass das jetzt unsere Soundkarte sein soll. Und wenn wir noch keinen Pegel haben, dann kratzt einfach mal so ein bisschen am Mikrofon. Und ganz wichtig natürlich auch den Preamp ein bisschen aufdrehen. Und wie ihr seht, wir haben hier jetzt bei Input auf jeden Fall schon ein Signal, das reinkommt. Falls ihr noch kein Signal habt, kann das auch daran liegen, dass ihr nicht den richtigen Kanal ausgewählt habt. Wir können jetzt hier einfach oben auf diese kleine Klinke drücken und dann seht ihr hier Kanal Eingang 1 oder Eingang 2 oder Stereo. Das heißt, wir können hier auswählen, ob wir den ersten Eingang, also den XLR-Eingang, oder den Eingang 2, also den Klinkeneingang nehmen wollen oder eben entsprechend wie viele Eingänge das Interface hat. Oder wir nehmen einfach beides als Stereo-Kanal. Ich will jetzt aber erstmal nur mit dem Mikrofon aufnehmen. Das heißt, ich nehme hier den einen Eingang. Dann, ganz wichtig, muss hier Monitor aktiviert sein, damit auch was rauskommt. Und ihr seht, jetzt habe ich Monitor aktiviert und hier habe ich jetzt eben auch unten rechts auf dem iPad ein Ausgangssignal. Falls ihr den Monitor nicht hier aktivieren wollt, könnt ihr das auch hier unten rechts machen, indem ihr hier drauf tippt, ein und aus. Und jetzt habt ihr sowohl ein Eingangssignal als auch ein Ausgangssignal, das eben aus dem Interface wieder rausgeschickt wird. Was diese Regler wie Tone, Pitch Control, Compressor, Drive und Vocal Hall bedeuten, werde ich in diesem Video nicht besprechen. Das ist nämlich ein eigenes, sehr interessantes Thema. Da werde ich nochmal ein extra Video zu aufnehmen. Schreibt gerne auch in der Videobeschreibung, wenn ihr da Interesse dran habt, denn je mehr Leute sich dafür interessieren, desto mehr Zeit und Aufwand kann ich daran investieren, um dieses Video zu machen. Was ich jetzt erstmal mache, ist, ich drehe den Compressor, den Vocal Hall und so einfach komplett runter. Den Tone können wir so lassen, wie er ist. Und ja, jetzt habe ich im Prinzip die eine Spur schon erstellt und gehe jetzt einfach mal hier oben links auf dieses kleine Spur-Symbol und komme jetzt auf das Sequencer-Fenster von GarageBand. Das Sequencer-Fenster ist jetzt im Prinzip das Hauptfenster, das wir beim Aufnehmen verwenden wollen. Und was wir jetzt zuerst mal machen, ist, ihr seht hier links, dass wir hier einmal die Spur haben, die eine Mikrofonspur, die wir eben erstellt haben. Und durch Wischen können wir die jetzt erstmal aufklappen. Das heißt, ihr seht jetzt hier auch, dass wir hier nochmal ein Mute-Button haben, dann so ein Headphone-Button und hier eben auch nochmal den Fader von der Spur, also die Lautstärke der Spur, beziehungsweise den Pegel der Spur nochmal ein bisschen anpassen können. Und hier durch das Plus, wenn wir auf das Plus unten drücken, können wir auch wieder weitere Spuren erzeugen. Da will ich aber erstmal nicht hin. Ich richte jetzt mal das Mikrofon so aus, dass es auch wirklich zu mir zeigt, denn gerade zeigt es noch zu euch. Das ist natürlich nicht hilfreich. Und grundsätzlich, je näher ich an das Mikrofon rangehe, werdet ihr jetzt sehen, dass der Pegel natürlich auch steigt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Aufnahmepegel, den ihr habt, dass der nicht zu hoch ist und nicht schon verzerrt. Da gibt es einmal zwei Stellen, an denen ihr das sehen könnt. Und zwar ist es einmal diese LED an dem Potentiometer von eurem Interface. Wenn die rot wird, dann klippt das Signal, das in eurem Interface ankommt. Das heißt, wenn ich jetzt ganz nah rangehe und laut werde, seht ihr, dass das Signal anfängt zu klippen, weil die LED eben immer wieder rot wird. So, das heißt, guckt einfach erstmal darauf, dass das, was hier ankommt, nicht rot wird, sondern dass ihr da, oder es gibt auch noch einen gelben Bereich, der zwischendrin kommt, sondern dass das Leuchten hier von der LED immer im grünen Bereich ist. Dazu kommt noch der Pegel, der in der Software ankommt. Da ist jetzt das Doofe, dass wir nicht so ganz sehen können, wie hoch der Pegel genau ist. Eigentlich geht man da in dBFS von 0 bis minus unendlich. Auch das habe ich in dem anderen Video nochmal ein bisschen detailliert erzählt. Guckt einfach nur, dass auch da euer Signal nicht in den roten Bereich geht. Das heißt, wenn ich jetzt ganz laut bin, seht ihr auch hier bei dem Signal, dass wir da in den roten Bereich kommen und dass das einfach das Ende des Mieters sozusagen berührt, auch dann fängt das Signal an zu klippen und das wollen wir nicht. So, guckt also, dass ihr einfach einen relativ angenehmen Pegel habt. Guckt, dass ihr so vielleicht 10-15 cm von dem Mikrofon auch weg seid und guckt, dass euer Pegel dementsprechend einfach stimmt. Machen wir mal eine kleine Testaufnahme. Da ich ein bisschen Sprache aufnehmen will, fehlt noch ein Popschutz. Der ist in diesem Bundle von Focusrite. Also wenn ihr euch das Bundle, das Interface, das Mikrofon und den Kopfhörer in den Bundle holt, da ist kein Popschutz mit dabei. Ich habe euch aber auch nochmal ein, zwei günstige Popschutz in der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt werde ich einfach mal hier im iPad mit dem Locator Startposition wählen. Nehme ich einfach ganz am Anfang in Takt 1 und auf den Rekord-Button oben rechts klicken bzw. oben in der Mitte, also oben in der Mitte rechts und einfach mal ein bisschen was einsprechen. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier wieder auf das Fenster gewechselt, wo wir quasi die Einstellungen noch vornehmen können. Ich könnte jetzt hier den Vocal Hall nochmal aufdrehen, ich könnte den Kompressor nochmal aufdrehen und so weiter und so fort. Aber hier haben wir jetzt erstmal eine kurze Testaufnahme gemacht. Ich gehe wieder zurück in den Sequencer und wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt schon mal ein Signal aufgenommen. Das hat auch super funktioniert. Wenn ihr das jetzt mitgemacht habt, vielleicht bemerkt habt, ihr habt euch, während ihr das gesagt habt, nicht selbst gehört. Und das ist nämlich genau das Ding mit GarageBand bzw. mit jeder anderen Software. Die Monitorwege sind oft nicht standardmäßig eingestellt und hier ist eine kleine Stolperfalle, die man aber ganz leicht lösen kann. Und zwar gehen wir oben rechts auf das kleine Zahnrad und gehen da auf die Einstellungen. So, hier könnt ihr jetzt einstellen Metronom und Einzähler, Tempo, Takt etc. pp. Ist erstmal alles egal. Was wir wollen, ist erweitert. Hier. Und hier gibt es jetzt zwei Dinge, die ihr aktivieren solltet. Und zwar ist das einmal die 24-Bit-Auflösung, einfach nur, weil eure Auflösung, die dynamische Auflösung eures Signale ein bisschen höher wird. Und Mehrspuraufnahme. Und wenn ich Mehrspuraufnahme aktiviere, seht ihr, dass ich hier jetzt noch zwei neue Symbole in der Spur bekommen habe. Und zwar einmal das Record, also das Scharfstellen-Symbol und ein Monitoring-Symbol. Das heißt, ich schließe, also die anderen Sachen sind erstmal nicht so wichtig. Es gibt noch Bluetooth-MIDI, es gibt MIDI-Clock-Senden. Man kann das im Hintergrund laufen lassen und so weiter. Das ist alles nicht so relevant gerade für uns. Wir wollen jetzt erstmal hier links auf dem Spur-Header diesen Monitor anmachen. Und wenn das aktiviert ist, dann können wir uns gleichzeitig, also gleichzeitig hören, was in das Mikrofon oder generell ins Interface reinkommt. Das ist vor allem interessant, wenn ihr eben eine Sprachaufnahme macht und eure Sprachaufnahme auch parallel hören wollt. Oder wenn ihr eben zum Beispiel eine E-Gitarre aufnehmt oder eine andere Gitarre und hören wollt, was überhaupt ankommt. Das ist blöderweise bei den allermeisten Softwares nicht defaultmäßig eingestellt. Das muss man eben noch extra aktivieren. Aber es ist wie gesagt nur ein, zwei Klicks. Man muss eigentlich nur wissen, wo es ist. Multitrackaufnahme hat aber noch einen ganz anderen Vorteil. Nämlich, wie der Name schon sagt, sind wir jetzt in der Lage, mehrere Spuren gleichzeitig zu tracken. Wenn die Multitrackaufnahme nicht aktiviert ist, können wir immer nur eine Spur auf einmal aufnehmen. Wenn die Multitrackaufnahme aktiviert ist, können wir quasi so viele Spuren gleichzeitig aufnehmen, wie unser Interface Eingänge hat. Wenn ihr also beispielsweise eine Gitarre und einmal Gesangsmikrofon aufnehmen wollt, müsst ihr die Multitrackaufnahme aktivieren, damit ihr eben beide Spuren gleichzeitig aufnehmen könnt. Checken wir, wie das gehen kann und beschäftigen wir uns in dem Atemzug gleich auch mit dem nächsten coolen Ding und zwar dem Reamping von E-Gitarre in GarageBand. Wenn ihr noch überhaupt nicht wisst, was Reamping bedeutet, grundsätzlich ist es, wenn wir mit einem DI, also Direct-In-Signal in das Interface gehen, ohne Verstärker, haben wir die Möglichkeit, noch einen Software-Verstärker zu nehmen, um eben verschiedene Effekte und Sounds nachträglich auf das Signal zu legen, beziehungsweise gleichzeitig während das Signal in die Software reingeht. Dazu habe ich euch nochmal ein ganz eigenes Video aufgenommen. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und was ich jetzt gerne machen will, ist, dafür werde ich jetzt eine neue Spur erstellen. Das heißt, ich klicke hier einmal auf das Plus, gehe auf Amp. Ich habe hier unten die Auswahlmöglichkeit zwischen Clean, Infatzeit und Bass. Ich nehme Clean und habe jetzt hier eben einmal die Auswahlmöglichkeit von unterschiedlichen Amps. Das heißt, ich kann hier einfach durch Wischen verschiedene Amp-Simulationen auswählen. Das ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt eben schon ein paar. Da kann man eben auch sehen, anhand der Optik, das ist wahrscheinlich eher ein Fender-Amp nachempfunden. Das ist wahrscheinlich eher ein Marshall-Amp. Ich würde eher einmal Richtung Fender gehen. Und wir können hier unten noch verschiedene Pedale auswählen, die eben auch nochmal verschiedene Effekte mit sich bringen. Das sind die gleichen Simulationen, die auch in Logic Pro X verfügbar sind. Ich nehme einfach mal, was er mir jetzt gegeben hat und gucke hier oben rechts nochmal auf die Klinke. Hier muss ich nämlich noch den richtigen Kanal auswählen. Hier seht ihr die Eingangseinstellung und gerade ist es noch Eingang 1. Wir wollen aber Eingang 2, denn da, im Eingang 2 von unserem Interface, werde ich jetzt noch die Gitarre anschließen und mal gucken, wie das klingt. Kommt in das Interface. Sack. Die Gitarre. Weil die Entwickler anscheinend mitgedacht haben, haben wir noch ein Stimmgerät, bevor wir jetzt die Spur erstellen. Also oben rechts, wenn ihr auf die Stimmgabel klickt, dann kriegen wir hier ein Stimmgerät. Wenn ihr mit eurer Gitarre direkt in das Interface gehen wollt, müsst ihr darauf achten, dass der Instrument-Taster bzw. der Schalter auf dem Interface gedrückt ist. Hier aktivieren wir jetzt nochmal Input-Monitoring und jetzt können wir auf jeden Fall hören, was ankommt. Gleichzeitig kann ich eben in meinem Mikrofon sprechen oder singen und zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen. Eine letzte Sache, die ist euch vielleicht aufgefallen und zwar, dass dieser erste Abschnitt, den wir jetzt hier aufnehmen können, erstmal acht Takte lang ist. Und das ist ja auch erstmal kein Problem, weil ich habe jetzt ein bisschen kürzer aufgenommen, aber es lässt uns auch nicht weiter rein, rauszoomen, als jetzt diese acht Takte. Und wenn ihr mehr als diese acht Takte aufnehmen wollt, müsst ihr hier oben rechts auf dieses kleine Plus drücken. Hier ist es nämlich grundsätzlich so, dass GarageBand in Abschnitte unterteilt ist. So, das ist jetzt Abschnitt A. Den können wir duplizieren. Den können wir dann auch sagen, wir hätten gerne mehr als acht Takte. Das kann man hier so einstellen. Das sind dann mehr oder weniger als acht Takte. Was ihr aber auch machen könnt, ist, dass ihr bei den Abschnitten auf automatisch einstellt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Abschnitt wieder löschen. Hier oben auf Bearbeiten gehen und dann Abschnitt löschen. Und bei diesem hier werden wir jetzt einfach diesen automatisch-Taster aktivieren. Und jetzt lässt GarageBand uns so lange aufnehmen, wie wir wollen. Wir haben zuerst einmal nur die acht Takte. Aber wenn wir jetzt über die acht Takte hinausgehen, nimmt er uns einfach dann auch länger auf, als wir ursprünglich wollten. Und dadurch haben wir einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Und es ist nicht mehr dieses Abschnitt Gliederung, sondern es wird eben automatisch angepasst, wie lange wir aufnehmen wollen. Das war es erstmal von mir zum Aufnehmen ins iPad. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen beantworten. Ihr habt was gelernt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter die Videobeschreibung. Da würde ich dann sehr gerne darauf eingehen. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, gilt erstmal grundsätzlich für alle iPads, wenn ihr den GarageBand benutzt. Wie weit die zurückkompatibel sind, weiß ich nicht, weil ich nicht aus jeder Generation ein iPad da hatte. Ob euer Interface oder euer USB-Mikrofon mit dem Aufnehmen ins iPad kompatibel ist, müsst ihr einfach mal nachlesen. Es gibt es meistens auf der Seite des Herstellers. Wird die iPad-Unterstützung angegeben oder eben nicht? Oder es ist einfach, ihr könnt einfach mal euch einen Adapter besorgen und einfach mal ausprobieren, ob euer Interface denn unterstützt wird. Die offizielle Unterstützung von Focusrite war auch erstmal nur für das Solo und für das 2i2. Aber auf einer anderen Seite von Focusrite habe ich dann gesehen, dass das ich glaube, das 18i6 oder so auch unterstützt wurde. Und beim Ausprobieren ging mein großes 20i20 eben auch. Also das ist einfach mehr so Trial and Error. Und ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wenn ihr Bock habt auf nochmal Videos zum Musik aufnehmen, Gitarre spielen oder alles was mit Musik zu tun hat, dann besucht meinen Kanal, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst wie der Hase läuft. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.